Yamaha Drum Hardware. Seit mehr als 40 Jahren ein Synonym für Langlebigkeit, Flexibilität, Innovation und vor allem Zuverlässigkeit. Galgenbeckenständer oder auch Kugelgelenkhalterungen sind Yamaha-Erfindungen, die inzwischen Standard geworden sind. Die Verchromung unserer Hardware ist legendär und erfolgt nach den gleichen Prozessen wie bei den Yamaha Motorrädern. Die Maßstäbe, die hier im Motorsport gesetzt werden, gelten auch für die Bühnentauglichkeit. Aus diesen Gründen wird die Yamaha Hardware von den meisten Backline-Firmen, egal in welchem Land, bevorzugt. Hier, wo die Hardware jeden Tag aufs Neue auf- und abgebaut werden muss, zeigt sich, ob Stative gut verchromt, ob sie kompatibel sind und ob man dem Material vertrauen kann. Wir möchten hier nun einige spezielle Features der Yamaha Hardware im Detail zeigen. Als Erfinder der Kugelgelenke haben wir natürlich auch hier einiges an Erfahrung und wissen um die Wichtigkeit der verwendeten Materialien. Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff und gerade bei Kugelgelenken macht es keinen Spaß, wenn zu weiches Material verwendet wurde und die Kugel ruckelt und sich nicht mehr leicht justieren lässt. Wir verwenden bei unserer Hardware den gleichen 22 mm Durchmesser bei fast allen Komponenten, sodass man flexible, individuelle Setups gestalten kann. Snare Stand 950 Das Herz eines jeden Drum-Sets ist die Snare Drum. Dieser einzigartige Snare-Ständer sorgt dafür, dass die Trommel mit ihrem Schwerpunkt exakt auf der Basis des Stativs liegt. Das Kugelgelenk ermöglicht eine stufenlose Einstellung. Der gesamte Korb lässt sich abnehmen, ohne dass die Basis bewegt werden muss. Dornen sorgen auch auf rutschigem Untergrund für einen extrem festen Stand. Sie sind so gefertigt, dass auch nach Jahren der Benutzung nichts anfangen kann zu klappern oder störende Nebengeräusche zu erzeugen. CS 865 Symbol Stand Unsere Galgenbeckenständer sind so konzipiert, dass man sie auch als gerade Stativ aufbauen kann. Hart Kunststoff sorgt für einen perfekten Schutz der Becken. Kleinigkeiten wie dieser Gummiring, der verhindert, dass beim Aufbauen oder Abbauen Metall auf Metall stößt oder auch wie die Qualität der verwendeten Filze zeigen, dass man gerade auch bei den Details das Augenmerk auf größtmögliche Wertigkeit gelegt hat. Egal ob einstrebig oder doppelstrebig, unsere Hardware hält den größten Belastungen zuverlässig stand. HS 1200, HS 1200T, HS 1200D Unglaublich viele Features haben die Hi-Hat-Stative der 1200er Reihe. Direktantrieb bzw. der mit Hebelwirkung funktionierende Toggle-Antrieb sind beide sehr leichtgängig und natürlich an der Hi-Hat selbst mit der Federspannung individuell einstellbar. Bei den Modellen wurden ebenso wie bei dem Snare-Ständer SS 950 Spikes verwendet, die auf glatten Böden ein Wegrutschen verhindern. Eine lange und auch eine sehr kurze mitgelieferte Hi-Hat-Stange ermöglichen auch einen extrem hohen oder niedrigen Aufbau. FP 9500C Yamaha-Pedale sind seit Jahren legendär. Sinnvolle funktionelle Einstellmöglichkeiten und vor allem auch gerade hier die notwendige Zuverlässigkeit sorgen für die Beliebtheit unserer Fußmaschinen. Verschiedene Antriebsarten wie Riemen, Kette, Doppelkette oder auch Direktantrieb decken jeden Geschmack ab. Ein schnörkelloses Design auf dem Footboard sorgt für eine perfekte Bespielbarkeit. Funktionalität, Qualität und Design sind für uns keine Marketing-Slogans, sondern Maßstäbe, an denen wir kontinuierlich mit unseren vielen Künstlern weltweit arbeiten. Überzeuge dich selbst von der Qualität unserer Hardware bei deinem Yamaha-Fachhändler.